Ja, ja, ja. Kleine Bestechungen, sind die okay oder nicht? Also, ich habe es ausprobiert. Ich habe mein Kind bestochen. Hallo, meine Lieben. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich habe meinen kleinen Mann bestochen. Ihr hört es auch noch. Ich bin noch immer total erkältet und noch ein wenig heiser. Ich hatte eine richtig dicke, fette Grippe. Also wie schon lange nicht mehr. Ja, und hier meine Nasennebenhöhlen sind noch zu und meine Stimme ist noch leicht belegt. Ich hatte zum Teil gar keine Stimme. Das ist auch der Grund, warum in der letzten Woche kein Video von mir hochgeladen wurde. Aber ich dachte mir, so, heute wirst du mal was hochladen, denn ich möchte euch eine Sache nicht vorenthalten. Und das hält mich auch meine heisere Stimme nicht ab. Wir haben dem kleinen Mann den Schnuller abgewöhnt. Jawohl, Noah ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Und es ist Zeit, dass er diesen Schnuller mal aufgibt. Das ist ja einfach so. Wenn die Kinder zu lange einen Schnuller tragen, das verändert auch ganz leicht die Sprache und aber auch vor allem die Vorderzähne. Und das wollten wir nicht. Ja, wir haben uns ganz spontan eigentlich überlegt, heute ist Tag X. Wir entwöhnen heute ganz radikal den Schnuller. Da waren wir uns beide sehr einig. Und ja, und eigentlich dient der Schnuller auch sehr oft zur Beruhigung von irgendwelchen, in irgendwelchen Situationen. Oder wenn er mal nicht gewickelt werden möchte. Oder wenn irgendwas nicht stimmt. Oder wir sind irgendwie einkaufen. Oder ich bin in der Bahn mit ihm. Oh Gott, oh Gott, in der Bahn ein schreiendes Kind. Das ist manchmal auch echt sowas von obernervig. Ihr kennt das wahrscheinlich alle da draußen. Wenn ihr mit dem kleinen Kind unterwegs seid und es heult und ihr habt einen Schnullern, ist das so oft einfach die Mega-Rettung. Ja. Aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir lassen das jetzt. Das ist wahrscheinlich wie mit anderen Süchten, auch mit dem Rauchen oder sonst irgendwas. Man muss ganz radikal einen Hardcut machen. Ja. Das haben wir gemacht. Haben alle Schnuller eingepackt. Und das müsst ihr euch mal reinziehen. Da, Schnuller. Schnuller. Das darf der kleine Mann nicht sehen. Dann habe ich auch echt überall geguckt, wo konnten noch Schnullis sein. In der Kindergartentasche waren zwei Stück drin. Natürlich sind da immer zwei Stück drin, weil er schläft ja auch mit dem Schnuller in der Mittagspause im Kindergarten. Oh Gott, dann ist schnell rausgenommen. Dann haben wir hier vorne in der Küche ist so eine Ecke. Da, wenn ich die Flaschen ausspüle, seine Trinkflaschen, da habe ich auch mal die Schnullis immer auf so ein Küchentuch hingelegt. Und er kennt natürlich diese Ecke. Kinder sind ja nicht blöd. Ja. Und dann ist der Kleine immer dahin gegangen. Mama, Nuki, Nuki und so weiter. Dann habe ich immer gesagt, nein. Ihr wollt jetzt wissen, wie wir das gemacht haben. Ich kann euch einen super geilen Tipp mitgeben. Und zwar haben wir versucht, den Alltag komplett zu integrieren. Also nicht Freitagsanfang mit der Schnullerentwöhnung, sondern mit diesem Sonntagabend angefangen damit. Denn dann beginnt ja die alltägliche Woche. Und dann vergehen ja schon mal fünf Tage, bis dann wieder das Wochenende beginnt. Denn Wochenenden sind ja bekannt dafür, dass sie anders ablaufen als in der Woche. Auch für die Kinder natürlich. Er hat ja nicht den geregelten Kita-Alltag. Nein. Dann ist oft Besuch da. Oder man fährt irgendwo hin. Oder man macht einen Ausflug. Papa und Mama sind zusammen und so weiter. Und so ist es ganz wichtig, dass wir dann Sonntagabend angefangen haben. Ganz radikal. Oh Gott, da haben wir auch gedacht, sowas tun wir uns jetzt hier an. Und haben gesagt, nein, der Schnuller ist aus dem Fenster, ist ins Auto gestiegen und ist weggefahren. Weg. Bach, weg. Und das fand er total komisch. Dann stand er am Fenster. Und dann stand er hier in der Küche und war ganz traurig. Und dann musste er immer wieder nachdenken. Und dann haben wir ihn abgelenkt. Dann haben wir Stifte raus. Dann habe ich neue Spielsachen, die ich noch vorher nicht ausgepackt hatte. Ich hatte Buntstifte. Ich habe Malvorlagen bei Kika ausgedruckt. Das Kikaninchen, Lässe und so weiter hatten wir alles dann hier. Malvorlagen. Und dann haben wir dann gemalt und ihn abgelenkt und so weiter. Einfach um neue Impulse zu setzen. Und dann hat er immer währenddessen, er gemalt hatte. Beziehungsweise gekritzelt hat. Schnuller. Fenster. Mit Auto. Weg. Weggefahren. Weggefahren. Auto weggefahren. Das hat er ganz oft gesagt. So als hätte er das. Und das hat er auch. Er hat das verarbeitet. Er hat dann immer wieder darüber gesprochen. Dann habe ich auch das immer wieder bekräftigt. Ja. Der Schnuller ist jetzt raus aus dem Fenster und ist weggefahren. Mit dem Auto. Bach weg. So. Und zwischendurch gab es dann Momente, wo er dann richtig geweint hat. Und dann hat er auch echt gejammert. Das tat mir dann so leid. Das sind ganz schlimme Momente für uns Eltern. Und dann werden wir schwach. Schlimm. Also da habe ich gedacht so, Mensch, was mache ich denn jetzt? Ich hatte noch dieses Auto von Cars, Lightning McQueen. Ach, ich zeige euch das mal. So. Das ist das Auto von Cars, Lightning McQueen. Er sagt immer Lightning Peen. Und das war meine Bestechung. Beziehungsweise unsere Bestechung. Wir haben uns auch geeinigt, ihm zu sagen, pass mal auf. Wir haben gesagt, guck mal Noah, das ist jetzt dein Auto. Das ist Lightning McQueen. Das ist dein Auto. Der hat sich so gefreut. Weil er kennt ja Cars. Und er findet das Auto total cool. Ich habe das auch immer wieder ziemlich lange zurückgehalten. Ich habe das schon sehr lange. Und das gehört auch zu einer Werkbank. Und dann habe ich das immer wieder zurückgehalten. Weil ich dachte, irgendwann mal muss ich das Auto halt irgendwie geschickt einsetzen. Und ja, so kam einfach auch diese Gelegenheit. Und dann habe ich auch gesagt, Noah, möchtest du das Auto haben? Ja, ja, mein Auto, mein Auto. Und er fragt, ja, aber dann kriegst du keinen Schnuller. Dann ist der Nuki weg. Ja, 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 okay. So, hat er ein bisschen mitgespielt. Und dann kam er an, Mama, Nuki, Nuki. Ist ja okay, dann nehme ich das Auto jetzt weg. Dann nehme ich das jetzt weg. Dann geht das jetzt auch aus dem Fenster und fährt weg. Da habe ich dann immer wieder gesagt. Das Auto fährt dann weg nach draußen. Nein, nein, ist mein Auto. Okay, aber dann keinen Schnuller. Ja, okay. Ja, und das Auto wollte er natürlich haben. Weil es ist ja auch irgendwie cool, ne? Der erste Tag ging eigentlich, muss ich sagen. Also er hat das auch wirklich verstanden. Wir haben das immer ganz ruhig gemacht. Und immer ganz einheitlich, mein Mann und ich. Ja, auch immer dieselben Worte benutzt. Also wir haben wirklich dieselben Vokabeln benutzt. Und auch denselben Satzbau irgendwie. Als hätten wir uns immer nachgeplappert. Aber das ist egal. Das musste sein. So. Dann ist er auch irgendwann mal vor Müdigkeit eingeschlafen. Und das hat dann auch erstaunlicherweise ganz gut geklappt. Mit ein bisschen Quengeln. Aber es ging. Also es war jetzt nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Am nächsten Morgen geht es dann wieder los mit Schnulli, Schnulli. Und dann haben wir auch immer gesagt, nein, Lightning McQueen geht dann weg. Wenn du einen Schnulli haben willst, dann geht der weg. Ja. Dann haben wir natürlich im Kindergarten Bescheid gesagt, den Erzieherinnen, dass er ab jetzt keinen Schnulli mehr hat. Und es befindet sich auch keiner mehr in seiner Kindergartentasche, in seinem Rucksack. Und das war auch okay für die beiden. Bezugspersonen, die dann auch dafür sorgen, wenn die Kinder dann halt in die Mittagspause gehen. Also in den Schlafraum gehen. Die wissen dann Bescheid. Und dann habe ich auch denselben Wortlaut mitgeteilt. Also wenn der Nummer nach dem Nuki fragt, sagt ihm bitte, es ist aus dem Fenster und ist mit dem Auto weggefahren. Das ist ein Schwachsinn. Als Eltern kommt man echt in so eine Lügenspirale. Aber es ist egal. Also das war, das muss ich jetzt mal kurz sagen, also das ging jetzt wirklich so zwei, drei Tage, hat er immer wieder, immer wieder mal nach dem Nuki gefragt. Aber es hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Und das Ganze ist jetzt schon über eine Woche her. Und wir haben irgendwie gemerkt, nach 48 Stunden war das Ding auch wirklich, ja, erledigt, Gott sei Dank. Also das hätten wir echt nicht gedacht. Das ist meine kleine Art der Bestechung. Ich habe mich immer davor gesträubt, wirklich eisern, ganz heftig davor gesträubt, irgendeine Art eine Bestechung an den Tag zu legen. Weil ich halte da pädagogisch gar nichts von. Das geht nach hinten los. Weil wenn ich heute anfange mit einer Bestechung, dann muss ich morgen auch bestechen. Dann muss ich bei jeder Kleinigkeit bestechen, habe ich gedacht. Aber nein, das ist wirklich eine mega Ausnahme. Einfach auch um uns als Eltern auch das Leben zu erleichtern. Ich habe keine Lust und gar keinen Nerv drauf, dass der Kleine völlig durchdreht und, ja, und sich nicht mehr beruhigen lässt und so weiter, weil er sein heiß geliebtes Sakrileg, das Schnulli haben möchte. Ja, zugegebenermaßen, wir hatten aber auch einen sehr bizarren Moment, denn der Noah war ja krank. Also der kleine Mann hatte ungefähr vier, fünf Tage lang den Schnuller gut entwöhnt gehabt und dann wurde er krank. Er hatte vier Tage sehr hohes Fieber. Er hatte auch eine Binderhautentzündung. Er hatte eine starke Bronchitis. Hat nachts sehr schlecht geschlafen. Wir hatten sehr kurze Nächte. Wir hatten sehr unterbrochene Nächte. Ihr kennt das alle. Und, ja, man hat ja immer wieder nach seinem Schnuller auch gefragt. Immer wieder nach dem Schnuller. Und dann war ich einmal wirklich ganz kurz davor jetzt, weil er sich, einfach damit er sich beruhigt, habe ich echt gedacht, boah, jetzt gibst du ihm den Schnuller oder lässt er das sein? Oder was machst du jetzt? Da habe ich mal ganz kurz mit mir gehadert. Aber ich wusste, wenn ich ihn jetzt auspacke, dann ist es vorbei. Dann bin ich unglaubwürdig. Dann ist auch die ganze Bestechungsnummer völlig lächerlich. Deswegen habe ich gedacht, so nein, das darf es jetzt nicht bringen. Dann habe ich das echt durchgezogen. Aber das tat mir ganz, ganz doll leid. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe mich selber bestochen. Der Noah weiß das nicht und der schnallt das nicht. Aber am nächsten Tag, da gab es eine Aktion bei Ernstings Family. Es gab diese Feuerwehrmann Sam-Puppe und der Noah steht total auf Feuerwehrmann Sam. Feuerwehrmann Sam, redet er hier mal rum. Achtung! Dann habe ich ihm dieses Püppchen gekauft, Feuerwehrmann Sam, und habe ihm das gegeben. Einfach nur, so als Nawala halt krank war, habe ich mich eigentlich damit bestochen und belohnt, dass ich das durchgezogen habe und mich selber damit entschuldigt. Und habe ihm dann was gekauft aus schlechtem Gewissen. Das muss man sich jetzt mal reinziehen. Wenn ich das jetzt mal so ausspreche, das ist ganz schön paradox. Dann versuche ich etwas durchzuziehen mit einer fast kriminellen Handlung, mit einer Bestechung und fange an, mich selber zu bestechen und mich selber zu belügen und mich selber zu beruhigen und kaufe ihm dann irgendwie ein Geschenk. Also total bescheuert. Das ist echt beknackt. Wenn ich das jetzt mal so ausspreche, muss ich mir jetzt echt überlegen, ob ich das jetzt reinschneide oder rausnehme. Und das wollte ich euch mal kurz mitteilen, obwohl ich noch heiser bin und ich klinge vermutlich noch total seltsam und komisch. Aber es ist egal. Also es ist jetzt eine wichtige Info. Und vor allem, ich muss jetzt auch mal diese Tüte hier entsorgen. Weil die lag jetzt die ganze Zeit in meinem Arbeitszimmer. Und der Noah durfte da nie rein, weil da diese blöden Schnuller auf meinem Schreibtisch lagen, wo der Mac auch steht, wenn ich schneide. Und jetzt darf ich auch wieder reingehen, weil ich werde das jetzt schneiden, das Video hochladen für euch. Ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen, dieser kleine Tipp von mir. Und mich würde wirklich mal interessieren, habt ihr eure Kinder mal besprochen? Jetzt mal ganz ehrlich, liebe Leute. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin ober gespannt darauf und vor allem, was ihr euch da habt einfallen lassen und ob das überhaupt okay ist für euch, Kinder zu bestechen. Naja, kleine Notlügen halt, ne? Okay, in diesem Sinne, macht es immer gut, wo immer ihr auch gerade seid. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss und bye-bye. Und lasst euch nicht bestechen.